Nein! Aua lai maa! Aua lai maa! Salam alaikum! So, es hat euch was gehabt. Ich bin unser Kerl, der Joe. Heute ist ein wichtiges Spiel und ich bin mal gespannt. Wir haben Glück, wenn du keine Rote bekommst. Wir haben Glück, wenn du keine Rote bekommst. Musik 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 3 zu 0 Pro. Ich hab mich die ganze Zeit geschließt. Erzähl! Wie streitet ihr euch gerade? Ja, guck jetzt. Das ist los. Toll. Vorteil von Stattel. Gölkf Howllex, 2 Fahnen bitte , da ganz außen eine. Und einer auf die andere Seite. Danke Gölk. Verdammsten... Coach. Auch wenn ich Strafe bekomme, warum bin ich auf der Bank? Das war jetzt aber selber, oder? Wo warst du letzten Freitag, wo warst du letzten Freitag? Einfach auf der Bank, alles wegen ihm. Na, John! Stabil. Du stehst seit einer Stunde hier, du musst dich warm machen. Geh und mach dich warm. Hey, alter Trainer. Alter Trainer. Genau so sieht es bei uns aus, wenn die Spieler sich warm machen. Dann drück den andere Seite. Wir haben Glück, wenn du keine Rote bekommst. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Geh auf. Wo es geht? Woran gehen wir eigentlich? Erst in die Tiefgarage, den Baum holen und dann in den Keller. Welchen Baum? Oh, den Weihnachtsbaum. Oh yeah. Da ist er. Guck mal, was ich hier machen muss. Ich hab, ich hab. Hö, hö, hö. Das alles muss nach oben. Was machst du, Junge? Das große Messer oder das kleine Ding? Ich nehme das kleine Ding. Was soll ich wie ich? Klein und dick. Ja? Ratsch doch einfach durch. Ja, wenn es so leicht wäre. Egal. Was sieht denn so aus, der Moment so kaputt gemacht? Ist er aufgegangen oder ist er aufgegangen? Nein, ich freue mich. Du hast diese Momentaufnahme so kaputt gemacht. Jawohl. Der Weihnachtsbaum steht. Wie flirn wir denn? Wie flirn wir denn? Wie flirn wir denn? Wie flirn wir denn? Irgendwie bin ich froh, dass ich nicht so einen Baum hab. Aufbauen, schmücken, schneiden. Ohoho. Was denn? Ich hab die Entretter, was willst du? Ich seh dir, deshalb ist es einfach anstrengend, einen Baum zu hauen. Zu hauen? Okay. Weißt du, wie man das früher gemacht hat? Schneller. Auf geht's. Also du sterben würdest halt lieber leisten. Alles klar, gut. Sieh nach. Der Fuchs geht rum, der Fuchs geht rum. Wie weit sind sie vorangekommen mit ihrem Weihnachtsbaum? Ich konnte gar nicht schmücken. Ich musste auf meine Kleine aufpassen. Ey, wenn du von nah kommst, weißt du, wie ich dann aussehe? Ist ja wirklich so. Du siehst nur halb Mensch, halb Nase. Guck mal. Ist ja echt so. Also Leute, das ist jetzt der Weihnachtsbaum. Bis jetzt. Er ist noch nicht 100% fertig, aber... Ich würd sagen, wir haben gute Arbeit geleistet, oder? Mmh. Ich würd den Baum jetzt auch, okay? Ach so, Onokan hat eigentlich bisher noch keine einzige Kugel dran gemacht. Aha. Achtung. Das war so klar. Achtung. Weihnachtsbaum. Offiziell. Gegraged. Guck mal, die sind fast so groß wie ich. Da ist sogar einer, wo fast so groß ist wie ich. Das stimmt. Ist das lustig jetzt, oder was? Ja. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Guck mal. Einfach jedes Mal, wenn wir rauslaufen, kriegen wir eben den Müll. Ey, ohne Scheiß. Den Müll. Das Müll. Den Müll. Was müssen wir jetzt eigentlich holen? Was? Sahne steif. Was? Sahne steif? Genau so, wie wir runtergekommen sind, können wir jetzt wieder hoch. Warum? No keys. Da steht der noch unten und sagt, ich hab Schlüssel verloren und macht dann noch... Wir sollten eigentlich im Prinzip nur... Sahne steif. Und guck mal, was wir alles geholt haben. Und guck mal, was wir alles geholt haben. Also fertig sind wir noch nicht. Endresultat. Sahne steif. Das haben wir gebraucht. Das haben wir gekölbt. Verpiss dich, Schwein. Ich kauf grad das Geschenk für meine beste Freundin. Okay, nee, guck nicht. Guck mal, wer dabei ist. Da ist er. Der Grillmeister. Ich liebe es einfach, ihn zu nerven. Ich liebe es, ihn zu nerven. Niemals, Kollege. Wir sind jetzt in Straßburg. Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt. Viele sagen, hey, Straßburg, Weihnachtsmarkt ist richtig geil. Und jetzt bin ich mal gespannt. Pack's mal, wie schön. Fakt ist, es ist einfach rappelvoll hier. Also mit Kinderwagen eigentlich voll ungemütlich. Du kommst mit Kinderwagen hier gar nicht rein. Oh shit, einfach Filo. So, guck mal, was wir hier geholt haben. Einfach Tweety. Tweety. Gott sei Dank haben wir hier jemanden, der ganz witzig kann. Hoppla. Genau so einen Anzug brauche ich. Nein. Was war das? Die Tür. Ey, ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte grad. Erstmal tief Luft holen. Hast du bestellt? Ja. Ich hab drei bestellt. Danke. Trink, 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 trink. Prost. Siehst du mich? Soll ich nach hinten fahren? Nach hinten. Prost gut, Prost. Sieht man genau die Nase an. Ja, ich wusste das. Prost. Also ich muss sagen, es ist wirklich richtig schön. Überall ist Deko, aber hier ist einfach rappelvoll. Also mit Kinderwagen keine Chance. Könnt's vergessen. Evangelia! 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 Eine Info. Also wenn ihr hierher kommt, kommt hierher, gar kein Problem. Aber kommt nicht mit Hunger. Wirklich. Weil hier gibt's nur Schwein. Und jetzt sitzen, trinken. Was macht man für ein Geräusch, wenn man erstickt so? Ich ärgere sie immer damit. Ja. Aber warum machst du das? Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Wir trinken jetzt unsere heiße Schokolade. Und danach geht's weiter. Schatz, ich echt dicke. Also wenn Philo irgendwann mal ertrinkt und dann gluck gluck gluck. Das will ich hören. Hau rein. Mach ich jetzt auch. Hau rein, hau rein. Das Essen war nicht nicht befriedigend. Das war unzufriedenstellend. Schmeckt oder schmeckt nicht? Guck mal, geil. Schmeckt oder schmeckt nicht? Schmeckt gut. Voller, voller. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sind jetzt wieder zu Hause und jetzt gehen wir slapen. Immer slapen, slapen. Abo nicht vergessen. Abonnieren, subtrahieren, meditieren, duplizieren, minimieren. Macht einfach. Guillermo율hafen. So, das noch was jedes Mal eins b交rator. Seh doch das überhaupt überhaupt noch. DaTOVOL. Jetzt wohnt doch einfach noch. Sono W لو, ko, kochen dort. Das haben wir dig dadert ihr, super. Dä самомzustand machen. Versteßen wir, einfach Karlstern. Du bei小irdない und synchron, war natürlich noch mehr. Untertitelung. BR 2018